Hallo, mein Name ist Lucy Fischer. Ich mache beim TSV Butzbach die Fitnessstunde und heute mache ich die mal online. Wir fangen an und gehen einfach mal ein bisschen auf den Platz. Ihr seid ja alle schön zu Hause oder im Garten. Deswegen beschränken wir uns hier so ein bisschen im Bereich. Nicht jeder hat so viel Platz und wir nehmen mal die Knie richtig schön mit hoch und die Arme kommen mit. Ja, sehr schön. Und mit den Füßen richtig schön abrollen. Die Fersen gehen hoch, oben sind die Füße gestreckt und unten ist der ganze Fuß aufgesetzt. Und die Arme nicht vergessen. Sehr gut. Die Beine machen weiter und wir nehmen mal die Arme nach oben und greifen mal mit den Händen. Richtig schön mit Kraft. Finger strecken und zusammenziehen. Sehr gut. Und wir machen mal mit den Beinen ein bisschen breiter. Die Knie gehen außen nach oben. Atmen nicht vergessen. und die Hände nicht vergessen. Arme schön strecken und die Beine gehen richtig schön hoch. So, wir nehmen die Arme mal gestreckt runter. Die Beine kommen wieder zusammen. Wir werden ein bisschen kleiner und wir gehen über in ein Antippen seitlich. Genau. Knie zeigen nach vorne. Immer schön einfach den Oberkörper hin und her wippen. sehr gut. Und wir nehmen die Schultern mit nach hinten. Sehr schön. Schön nach hinten kreisen und die Bogen kommen mit. Und ganze Kreise. Richtig schön öffnen. Und wir schauen mit den Augen hinterher. Hinter die Hände. Sehr gut. Gut. Und immer noch schön. Und immer noch schön Gewicht verlagern auf das Bein, mit dem ihr nicht tippt. Und die Armkreise werden wieder kleiner. Genau. Und nur noch die Schultern. Sehr gut. Und wir holen den Fuß immer zu dem anderen ran. Bauch ist fest. Und wir werden mal ein bisschen größer. Richtig schön in die Knie gehen. Und dranholen. Und tiefer, 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 tiefer. Und dann seitlich hoch. Tief hoch, tief hoch, tief hoch, tief hoch, tief hoch. Tief hoch. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und einen letzten. Und wir kommen nochmal ins Marschieren. Schüttel mal die Arme aus. Die gehen mal nach oben währenddessen. Und zur Seite. Knie richtig schön nach oben nehmen. Hüftbreit marschieren. Und wir machen mal die Handgelenke locker. Schön nach vorne. Immer abknicken. Ohne Schwung. Nur mit Kraft. Und Sie gehen mal zu den Seiten. Nur die Handgelenke. Nicht die Arme. Die Arme bleiben ganz gerade. Sie machen nur die Handgelenke mit. Sehr schön. Und wir marschieren immer noch. Und wir nehmen nochmal die Arme mit. Richtig schön kreisen. Sehr gut. So. Und wir machen weiter. Hinten. Ferse an den Po. Und ran. 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 Und die Arme kommen dazu. Und zusammen. 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 Der Bauch ist immer noch fest. Der Rücken ist ganz gestreckt. Eine gerade. Und noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Ellenbogen ganz hoch. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Und wir lassen die Arme locker. Füße kommen neben den anderen Fuß ran. Und wir machen den Schritt. Diese Bewegung weiter. Und jetzt geht das Knie immer hoch. 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 Und die Arme richtig schön gerade runterziehen. Und Zehenspitzen ranziehen. Und die Knie kommen hoch. 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 Noch acht. Sieben. Sechs. Schön mitdrehen. Vier. Drei. Zwei. Und ein letztes Mal. Und wir holen den Fuß wieder ran. Kurz ein bisschen zum Atmen kommen. Und wir bleiben stehen. Und wir bleiben stehen. Und nur mal die Zehen gehen hoch. Knie bleiben gestreckt. Und oben drücken wir immer nur die Zehen. Schön weit weg von uns. Sehr gut. Und wir bleiben einmal stehen. Wir gehen einmal runter. Und bleiben dort. Einatmen. Ausatmen. Ausatmen. Und wir gehen einmal über die rechte Seite nach oben. Nehmen die Arme mit zu den Ohren. Und gehen auf der anderen Seite wieder runter. Einen schönen großen Kreis. Und er geht wieder nach oben. Und wieder nach unten. Und nochmal. Und ein letztes Mal diese Richtung. Richtig schön strecken oben. Noch mal Schultern rausdrücken. Arme lang machen. Arme sind an den Ohren. Und nun in die andere Richtung. Runter gehen. Und hoch. Und nochmal. Runter. Und hoch. Und ein letztes Mal runter. Und wir kommen hoch. Die Füße gehen zusammen. Ein Fuß kommt nach vorne. Die Zehenspitzen sind rangezogen. Die Ferse aufgesetzt. Das Knie ist lang. Und wir ziehen einmal die Hände von hinten nach vorne. Und richten uns auf. Nehmen die Arme seitlich runter. Und nochmal. Wer es jetzt richtig macht. Der merkt hier eine leichte Dehnung. Sehr gut. Ein letztes Mal. Und wir kommen hoch. Zähmen das Bein wieder ran. Das andere Bein kommt nach vorne. Zehenspitzen ranziehen. Arme gehen nach unten. Bein bleibt gerade. Und Arme nach vorne. Und zur Seite runter. Und nach vorne. Und zur Seite runter. Und ein letztes Mal. Sehr schön. So. Dann machen wir nochmal ein bisschen was. Für die Waden. Bevor dieses Video zu Ende geht. Und zwar machen wir so einen V-Schritt. Immer hinten zusammen. Vorne auf. Hinten zusammen. Vorne auf. Ganz genau. Wenn ihr es jetzt drin habt. Dann achtet ihr nochmal drauf. Bauch ist richtig fest. Rücken ist fest. Den Bauchnabel. Schön nach innen ziehen. Schultern sind zurück. Genau. Und jetzt gehen wir immer vorne auf die Zehenspitzen. Und hinten richtig schön runter. Vorne auf die Zehenspitzen. Und runter. Zehenspitzen. Runter. Zehenspitzen. Und runter. Zehenspitzen. Und runter. Zehenspitzen. Und runter. Zehenspitzen. Und runter. Sehr gut. Noch vier. Zwei. Drei. Zwei. Und Bauch einziehen. Und einen letzten. Und dann geht es in die andere Richtung weiter. Nach vorne. Nach hinten. So. Das ist drin. Also auch wieder auf die Zehenspitzen nach vorne. Und hinten runter. Auf die Zehenspitzen. Und runter. Und Bauch fest. Zehenspitzen. Und runter. Und zwei letztes Mal. Sehr schön. Und wir gehen hier einmal runter. Wir machen einmal die Squatposition. Und die halten wir nochmal ein bisschen. Und zwar gehen wir mal richtig schön mit dem Po weit nach hinten. Und ganz genau. Die Knie ist jetzt wichtig. Dürfen nicht vor den Zehenspitzen sein. Das heißt, den Po noch weiter nach hinten schieben. Ihr könnt hier die Arme ein bisschen mit ausgleichen. Ich mach mal hier so ein bisschen schräg. So. Und wir halten hier. Und nochmal wichtig. Bauch einziehen. Der ist ganz fest. Kein Hohlkreuz. Ihr könnt hier hinten einmal testen. Ihr könnt auch die Hände hinten auflegen. Und wir wütten so ein bisschen mit. Die Arme können oben an die Ohren. Und wir halten noch für acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei. Alle nochmal ein Stück weiter runter. Zwei, eins und hoch. Und wir machen nochmal zehn Stück dran. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und wir kommen hoch. Schütteln uns einmal kurz aus. Und dann war es jetzt erstmal das erste Video. Und wir machen gleich weiter. Und dann war es jetzt erstmal das Video.